hallo und herzlich willkommen zurück hier im wunderschönen falkenstein wie immer wie immer im wunderschönen falkenstein ja heute ist ja dann montag montag ist heute montag könnte gut sein dass heute montag ist bin mir ein bisschen unsicher und das heißt heute machen wir ganz normal weiter tja so ist das heute machen wir ganz normal weiter und zwar mit der ganze mal technik wir machen die ganze mal diesen ganzen mal ach komm schon so brauchte ein bisschen platz wie solchen so arbeiten kann so nicht arbeiten so 12 haben wir die irgendwie auch mal ich kann ja auch nicht packen so fenster zack das passt ja schon alles wieder nicht 123 zack fenster was habe ich doch schon wieder falsch gemacht oder 12 12 zwei scheint zu passen und so okay dann hier jetzt rüber und hier kommt ja eben mauern drauf von daher sieht man ja hier gar nichts man sieht nur hier wieder was glaube ich wobei warte mal wir machen das mal richtig wir sind ja anständig ne 1 zwei drei zack 1 1 2 3 zack genau das ist alles weg ich muss mal gerade gucken was hier ab ich kann jetzt leider nicht auf eure kommentare eingehen weil ich das hier direkt in nach der folge aufgenommen habe die ich samstag rausgebracht habe also quasi am freitag habe ich das jetzt aufgenommen ja so ok dann sollte das doch jetzt so passen dann haben wir doch jetzt die hier so 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 und so gott ist ganz schön anstrengend was ich hier gerade mache wo ist es nur bauen ja ich weiß aber es ist trotzdem recht anstrengend so und dann so und ich habe ein ohren piepen ein piepen auf den ohren lalala so 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 nee so nicht aber so zack und zack und zack und zack und zack und zack und zack zack ok das ist soweit so gut dann können wir jetzt natürlich hier hinten wollten wir das nicht so rausziehen oder wollte ich das hinten auch rausziehen oder sollte ich das hinten rausziehen das wäre sinnvoll das ganze so rauszuziehen weil hinten ist ja im grunde hier hinten nichts hier kommt er nur baum hin also ein bisschen ne aufforstung sozusagen denn wichtig muss ich auch freuen und die freuen sich ja immer dann so dann wäre der nächste schritt ja das hier ne ja gut der nächste schritt wäre natürlich das hier alles freizugraben aber das werde ich heute nicht machen nö nö sonnschein wenn du Lust hast kannst du gerne hier das gebäude kannst du das hier gerne frei kloppen wenn du hier nochmal wieder am gucken bist und und äh drei vier 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 so und da kann er denn Füllstoff rein ne dann packen wir da einfach in der Ecke Füllstoff blub damit da keine Monster spawnen so zack 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 hopp und klack und achso da müssen ja auch welche hinten 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 so 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 zack 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 doch ich glaube das wird ganz gut ich glaube jetzt haben wir unsere unsere oh was ist denn hier los ich glaube jetzt haben wir wie sagt man so schön unsere Muße gefunden falsche Wort weil glaube ich ich denke wir haben hier jetzt auf jeden Fall das Richtige gefunden was wir machen das Ding eine Diamante nö ne Stein keinen Platz oh Mann ey können doch nicht den ganzen schönen Kram liegen lassen Ja guck mal das sieht doch gut aus, oder? ich denke ja dann kommt da vielleicht noch eine etage drauf und naja gut unten ist die mine wo halt die mine arbeiter rein und raus können also ihre sachen nicht gesehen so und den kramswerk okay wir müssen bloß noch genau planen wie wir das ganze alles noch später umsetzen dann werde ich da vorne die balken auch ausziehen und das gleiche ist ja sie ist noch einiges an arbeit zu tun sage ich mal so ohne es zu verschönigen 2345 12345 zack 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 so soweit so gut was hier los da habe ich gesagt zack 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 dann wäre dieser balken eigentlich füllstoff gewesen brauchen wir jetzt auf jeden fall noch hier die ganzen die ganzen platten 2 3 1 2 3 da natürlich nicht das tat jetzt aber weh glaubt ihr mir nicht warum das sind nicht ach so weil ich freiwillig runtergesprungen bin naja gut doch das aber das tat wir werden hier wirklich füllstoff nehmen wir müssen das füllen man hier können wir ja wirklich noch die balken runterziehen und dann können wir da ja theoretisch auch vielleicht so vielleicht machen wir so einen rückwärts also rückeingang hier so ein hintertürchen sozusagen hintertürchen man ihr wisst was ich meine dass man quasi noch in die mine rein kann von gegebener stelle aus so was essen nicht vergessen oh ja so dann müsste man noch theoretisch wenn ich hier das frei schlagen also ihr müsst ja genau wie ist das wie ich mir so gedacht habe da geht es runter das heißt ich kann das ja auch frei schlagen und es wird nacht was ist hier los ach so ja dann müssen wir mal gucken dass wir das hier noch auf jeden fall ein fensterchen machen weil hier kann ja dann auch das fensterchen so ja wir sollten schlafen wie können wir nicht hallo ist dann noch das ist ja los zack 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 jetzt aber gute nacht so dann wird das ja alles dicht wir könnten auch seht ihr das was ich hier gerade sehr wir haben hier platz wir haben hier ein bisschen platz wir könnten wir könnten hier wirklich für ware die ankommt sagen wir mal wir haben hier wirklich schiffe die kommen und laden die kohle könnten wir da die könnten die die steinbrennerei machen also wie immer ihr hier in der evis was ich meine oder ne wisst ihr nicht das blöd das ist blöd und ärgerlich warum geht denn hier nicht zu uns sind hier kein platz so 1 2 3 4 genauer kann hier ein fenster müsste ich auch eins machen und hier auch und hier dann auch und daher auch sehr klar ja und eigentlich auch und dann müssten wir theoretisch dann müssen wir nicht wir können theoretisch können wir das hier ein kiesel lassen na klar wir können das hier freigraben dann passen wir das richtig an dann brauchen wir auch nicht die vertiefung im boden dann machen wir der erde für ja ich lasse sie die steine drin so dass wir jetzt machen wir so zack 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 füllen das ja auch mit erde ich habe da jetzt keine lustige steine raus zu graben wenn ihr das gerne machen möchtet könnt ihr das machen nein möchte ich nicht also wie gesagt wir packen hier da einfach die erde rein so zack 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 auch keine erde mehr verdammt daxt ja nehmt koppel dann füllen wir das halt hier mit koppel ist doch shit egal so und dann können wir da dinge drauf packen mach ich jetzt keine müll hier ne so aber das hier kann weg und das hier kann auch weg weil wir buddeln ja eh frei und da haben wir quasi links und rechts hier den abgasieren mit den abgang und hier links und rechts könnten wir hinten so umkleide kabine bauen naja gut so viel platz haben wir dafür nicht aber bis wo können wir denn da ist ende das heißt wir können maximal bis hier gehen hier müsste dann ok da haben wir noch den obsidian genau das heißt wir können bis hier gehen und können da sag ich mal kisten oder sowas hinstellen für die umkleide kabine oder halt wandschränke für die für die für die arbeiter naja für wen auch sonst ich meine so dann könnte man hier vielleicht sogar noch hier hinten sind halt die umkleide kabinen so zack vielleicht auch mit duschen das ist glaube ich eine ganz gute idee das ist glaube ich eine sehr gute idee gefällt mir auf jeden fall habt ihr wieder gut gehabt habt ihr wieder gut gehabt so genau dann packen wir jetzt hier die steine da ist ja der boden der boden geht ja dann auch bis hier so zack 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 weg so dann können wir theoretisch sogar doch bis hier müssen wir jetzt hier den obsidianer bauen das dauert natürlich aber dann können wir uns wieder niederportale bauen ganz viele oder ein ganz großes sag ich egal wobei ein großes wäre auch cool könnten wir da unsere unsere pferde könnte mit pferde durch kann man mit pferden durch niederportale eine frage die mich brennend interessiert ich sollte sie mal gründen hier ist der balken so ihr denkt euch jetzt so irgendwie sieht das alles noch nicht so danach aus wie du dir das so vorstellst ja da muss ich sagen ja da habt ihr recht irgendwie nicht aber guck mal ich zieht wir für schnell nicht wir vertuschen aber wir furschen nicht furschen und vertuschen so wir ziehen jetzt hier natürlich die mauern hoch so jetzt habt ihr ja hier sieht da schon ein bisschen natürlich kaputt wenn ich etwas bauen will natürlich dann wusste ich doch wenn wir noch steine so jetzt gehen wir davon aus das sind die unkleine kabin beziehungsweise die hinteren was weiß ich duschräume oder ist ja auch vollkommen boogie was es ist machen andere sieht es war nervig so dass hier kann weg dann kann das hier weg da kommt eh hier so ein balken hin so das hier kann auch weg genau und das hier auch so dann kommen wir jetzt das hier alles so frei bis zu dieser ebene hier und dann ist es ja so dass wir wirklich den ganzen platz haben wir wirklich so viel platz zur verfügung was wir damit anstellen ist ja dann unsere sache irgendwie schon denke ich so komplizieren so ne warte mal das war unklug das weg zu packen das ist besser so so ne so nicht das weg da kommt auch unklug balken hin ne achso warte mal dann können wir doch eigentlich kann doch eigentlich sagen wir machen da hier geländer hin oder da hat man noch ein bisschen aussicht also ausblick und hier das hier machen wir einfach so das erweitern wir um ein dann ziehen wir nämlich hier oben den balken lang so 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 und dann können wir nämlich da die steine rein packen und hier packen wir ein geländer hin und dann ist es halt so ein bisschen offen wisst ihr so nicht mehr ganz so findet er nicht gut findet ihr das nicht gut warum nicht ich finde es glaube ich nicht schlecht ja es ist nicht ja ich weiß was worauf ihr hinaus wollt aber mir egal zack 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 ne so ne eher so genau und dann hier so und dann hier und hier und hier doch Freunde das wird ganz super passt mal auf so ja aber dann kannst du doch theoretisch gleich alles hier weg machen ne theoretisch hast recht theoretisch kann ich hier gleich alles weg hacken warte mal wir hacken das hier mal komplett so weg so 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 weißt du dass es denn so besser ist ich bin daher sehr unsicher und es wird schon wieder nach das heißt wir werden es heute nicht mehr erfahren aber von den balken abständen würde es passen dann könnten wir so machen und so und dann wäre das halt so ne und dann erwarte okay wir schlafen okay wir schlafen aber dann sage ich schon mal ja okay wir sehen uns dann auf jeden fall morgen wieder aber noch nicht jetzt jetzt ich will das hier noch fix machen so erstmal fehlt hier noch der stein äh der balken so könnten wir das wirklich ich kann das auch alles mit holz verkleiden also es ist sehr offen ja wie du meinst meinst du so jetzt hey jetzt doch wieder alles zu so 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 und dann so und dann geht da rein ne wenn dann machen wir das jetzt richtig zu ne machen wir das jetzt hier so zu dann haben wir hier wirklich platz für so ein paar sachen und und ja ich denke somit kann ich damit eher schon nehmen das gefällt mir persönlich schon ein bisschen besser natürlich machen wir hier an den seiten noch auch die die dinger hier diese ne und hier das balkenwerk müssen wir auch noch einziehen und dann würde ich jetzt einfach sagen an dieser stelle sehen wir uns dann beim nächsten mal und vielleicht habe ich denn hier schon weiter gebaut oder ich habe mir den sonnenschein dazu geholt ne wer weiß wer weiß ihr werdet heute nicht mehr erfahren ich auch nicht aber beim nächsten mal in diesem sinne tschüss das 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 Untertitelung des ZDF, 2020